Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie heißt du denn jetzt? Sophia. Ach du Scheiße. Mein Gott, ist das eine Scheiße. Oh, Zora. Ach du Scheiße, ist das beschissen. Was willst du jetzt machen? Ich würde ihn schon gerne wiedersehen. Echt? Hallo, Maren. Hallo. Oh, ich hätte dich ja fast nicht erkannt. Kann Ulrike denn inzwischen kochen? Geht so. Für Ulrike läuft ja warme Ketchup schon unter Tomatendose. Soll ich die Haare Make-up machen? Hey. Wieso nicht? Das solltest du nutzen, wenn dein Vater teure Schminkkurse besucht hat. Du hast Schminkkurse besucht? Das ist nicht einfach eine Frau zu sein. Wahrscheinlich ist es dir nicht bewusst, aber du bist zwangsemanzipiert. Versteckst deine Weiblichkeit, weil du glaubst, dass es dich stärker macht. Mach ich gar nicht. Wenn du mit Männern klarkommen möchtest, darfst du nicht den Fehler machen, so zu sein wie sie. Ich finde, als Eltern hat man eine Vorbildfunktion. Sophia ist aber kein Vorbild für mich. Das ist traurig. Als ob dein Vater für dich eins wäre. Mein Vater ist eine erfolgreiche Allgemeinmediziner. Warum sollte ich nicht so werden wollen wie er? Weil es total langweilig ist. Ach, muss man erst eine kiffende Transe werden, um nicht als langweilig zu gählen? Maren, ich hoffe, dir ist klar, dass dein Vater sich gerne schon früher gemeldet hätte. Mein Vater. Ja, dein Vater. Also du. Maren, dein Vater gibt es nicht mehr. Du bist trotzdem nicht meine Mutter. Was soll ich denn sein, bitteschön? Du bist meine Tochter, ich bin eine Frau. Bist du nicht, bist du überhaupt nicht. Woher willst du denn das wissen? Das sieht doch jeder. Es tut mir leid. Ich habe deine Mutter sehr geliebt, Maren. Auch körperlich. Und wann hast du gemerkt, dass du eine Frau sein willst? Das hat ja mit Wollen nichts zu tun, mein Schatz. Was soll denn? Das ist mein Schicksal. Warum wurdest du denn nicht als Frau geboren? Weil es dich denn nicht gäbe.